das ist der kurze weg zum neandertaler museum da oben an der straße geht der weite weg der geht 500 meter und der hier geht 200 meter aber wir sind ja gut zu fuß also können wir auch den kurzen weg nehmen und hier gibt es nicht nur neandertaler hier gibt es auch playmobil männchen playmobil fie ruft großes entzücken hervor es gibt sogar ein audioguide für kinder tatsächlich doch mal die mama kann das ist ja verrückt reingeguckt super hier kann man also wenn man sich dieses actionpack gekauft hat die dabei gefügten nüsse knacken und mein kind knackt rindenmulch wir sind natürlich doch in der ausstellung gelandet das schiff hatte ich als kind ich befürchte ja dass bei uns bald jede menge playmobil einziehen wird was machst du da da hochstellen so jetzt sind wir auf dem weg zur fundstelle des neandertaler skeletts ich wurde neandertalisiert und ich muss euch ganz ehrlich sagen ich stelle gar nicht so einen großen unterschied fest ok meine augenbrauen aber ansonsten der hinterkopf ein bisschen könnte aber auch zu hoch gefülltes volumen sein tja so jetzt sind wir hier an der düssel im neandertal das ist diese stebe hier das ist das was von der einstigen höhle vom einstigen fund ordnet dieses skeletts übrig geblieben ist man kann also gar nicht mehr an wie es hier mal ausgesehen hat weil der bergbau halt hier tätig war nachdem die maschinen dann still standen kein kack mehr abgebaut wurde sind ist dieses gebiet dann als naturschutzgebiet eingestuft worden na passt du durch guck mal sogar ein dosenhalter wenn man es richtig macht so sieht es nämlich aus der neandertaler war schon ganz modern tatsächlich funktioniert neandertalers dosenhalter perfekt so weiter gehen wir das ist eine neue errungenschaft dazu gekommen passend zur himmelscheibe von nebra noch unser neandertal so schreiben wir neandertaler jetzt mit h oder ohne h neandertal oder neandertal beim museum steht es mit h sieht man jetzt gar nicht der kiosk auch mit h so und der bahnhof hier oder das schild hier sagt man mit h mal gucken was am bahnhof steht so also der bahnhof ist tatsächlich mit h so wir sind jetzt durch neandertal durch und durch neandertal museum es war wirklich ein schönes auch mitmach museum auch schön für kinder es gibt unten an der kasse ein action pack für 2,50 euro wo die kinder nüsse drin haben und eine kleine holzscheibe womit sie sich eine eigene ein eigenes kleines amulett machen können mit den bohrern oben in der ausstellung es gibt extra audio extra audio plug ins also extra audio stöpsel für kinder audio guides aber es sind keine speziellen audio guides sind halt an den orten gibt es halt spezielle stationen wo die kinder ihre kopfhörer reinstecken können und die kinder haben auf jeden fall sehr viel spaß gemacht es gibt auch eine kleine buddelstation wo die kinder noch ein skelett ausbuddeln können also mit so abfegen können mit einem pinsel und das hat spaß gemacht oder also und danach sind wir dann zum fundort gegangen und haben dort uns die fundstelle angeguckt die halt in der zwischenzeit ganz anders aussieht als sie damals tatsächlich ausgesehen hat als man das skelett gefunden hat was sehr schade ist weil man sich das auch wirklich schwer vorstellen kann wie das skelett mal gelegen haben soll und dass da mal eine höhle war in der das skelett drin war ansonsten lohnt sich der ausblick auf jeden fall ist total schön und macht spaß und es hat wirklich allen familienmitgliedern spaß gemacht und man lernt auch mal noch was so gerade einen hinweis gefunden zum thema neandertal mit oder ohne haar alles was mit dem prähistorischen fund des neandertalers zu tun hat wird mit haar geschrieben wenn es allerdings um den ort neandertal geht wird es ohne haar geschrieben die genaue beschreibung findet ihr in einem link unten drunter viel spaß beim lesen macht wirklich spaß so